hallo und willkommen in der manchmal doch irgendwie sehr merkwürdigen welt der chinesischen verpackung oder auch zu einem neuen review beim klem onkel ja ich habe mir gedacht ich zeige euch mal wie dieses set bei mir angekommen ist dass ich bei einem chinesischen händler bestellt habe und vor allen dingen wann es bei mir angekommen ist nämlich genau zwei tage nachdem ich die bestellung aufgegeben habe jetzt denkt ihr vielleicht ja moment zwei tage china deutschland haut doch gar nicht hin richtig der händler bietet die möglichkeit aus der eu zu versenden der hat in der eu auch warenlager und da heißt versandzeit drei bis sieben tage ich sag es noch mal bei mir war es nach zwei tagen top versand erfolgt in meinem fall aus frankfurt oder ob das standardmäßig immer so ist kann ich euch natürlich nicht sagen was ich euch aber sagen kann ist dass wir jetzt erstmal kurz schauen wo ich es denn bestellt habe und um was es sich handelt und dann geht es direkt weiter mit dem unboxing dieses wirklich sehr stabilen kleinen päckchen es handelt sich bei diesem shop um keinen geringeren als den online shop barriere.com der seinen sitz in china hat allerdings liefert barriere aus drei auswärtigen lagern nämlich aus dem eu lager aus dem usa lager und aus dem kanada lager sehen wir hier alle drei auch bei allen drei wird angegeben lieferzeit drei bis sieben tage ihr könnt bei barriere die artikel verschiedentlich suchen ihr geht entweder hier drüben über die lupe gibt die artikelnummer ein oder auch worum es sich handelt oder ihr nutzt die products kategorie da könnte aber nicht direkt suchen da können jetzt höchstens sagen okay ich möchte alle sets von mold king sehen ich möchte alle sets von kada sehen oder auch von dingao beispielsweise wollte er das nicht und wollte zum beispiel nur alle gebäude dann geht er auf katalog und wählt gebäude dann bekommt er alle gebäude angezeigt wollte alles star wars jetzt geht unten auf star wars das ist die andere suchvariante dann haben wir hier noch eine mini block pricks kategorie die habe ich mir noch nicht weiter angeschaut ja und da unten noch mal die shipping methoden die ich euch hier schon gezeigt habe worauf ihr auch achten solltet wenn ihr die website geöffnet habt stellt immer als erstes auf euro um sonst kann es passieren ihr denkt nicht dran und wundert euch dann doch über die etwas höheren preise bei den sets weil da noch us dollar steht jetzt gucken wir mal ganz kurz in den euro reiter rein was es denn da so zu entdecken gibt und da sehen wir direkt unter jedem bildchen ein vermerk dass es aus der eu verschickt wird das ist schön gemacht weil gerade wenn man jetzt oben über die produktsuche geht bekommt man ja alles angezeigt auch die sets usa auch die sets kanada und auch die sets china bei china steht gar nichts auf dem thumbnail allen anderen steht dann immer drunter usa kanada europe plus die lieferzeit es ist jetzt auch so dass hier die auswahl im europäischen bereich bei fünf seiten nicht allzu groß ist nichtsdestotrotz findet man hier auch wirklich recht schöne sets was jetzt auch kürzlich neu dazugekommen ist das ist beispielsweise hier der buckingham palast von kader und jetzt denkt man vielleicht okay wenn ich im eu lager bestellt ist es aber deutlich teurer es ist eben nicht es kommt immer darauf an was ihr bestellt ich habe jetzt einfach mal stichproben gemacht da fiel mir zum einen hier von mold king die set nummer 1604 2 ein und die haben sie zufälligerweise sogar in zwei lagern inklusive des china lagers in drei lagern und wenn man mal so auf die preise achtet dann stellen wir fest im usa lager ist es am teuersten und im eu lager ist es am günstigsten da würde sich tatsächlich der kauf in der eu am ehesten lohnen dann gucken wir uns mal den buckingham palast an bestellung in china 195 euro bestellung in der eu 193 euro ist günstiger als in china man muss halt immer so ein bisschen vergleichen was bauen wir denn jetzt heute zusammen auf wir bauen ein set auf wo ich im nachhinein mal wieder festgestellt habe dass es sich wohl um einen kleinen diebstahl handelt seitens urge und zwar um the queen prägtoria ihr seht ihr aber auch noch mal von schießt da das ist das gebäude was wir zusammen aufbauen werden die sind scheinbar baugleich und das ist eine dreiste kopie des designers prägt 1980 der hat das eigentlich entworfen er hat hier unten auch noch mal entsprechend geschrieben urge ist halt hier mal wieder ganz dreist die nennt es auch nämlich the queen prägtoria wie es auch seitens des designers heißt und bei g star nennt sich music club ändert aber nichts daran dass es im prinzip genau das gleiche gebäude ist hier wird es angegeben mit 3678 teilen glaube ich und das von g star hat laut angabe 3600 teile lasst euch im übrigen nicht hier von der beschreibung irritieren die es irgendwie verkehrt ja ich kann es euch noch mal zeigen hier unten ist der karton abgebildet da steht es noch mal explizit drauf die alters empfehlung die teile anzahl und auch die set nummer plus natürlich dass es sich um den music club handelt der eigentlich queen prägtoria von prägt 1980 ist ja preislich 100 euro ein paar verquetschte cent schaut einfach mal im internet nach über eine suchmaschine da finden sich hin und wieder auch mal gutscheincodes für die seite von barrier da können dann noch mal den ein oder anderen euro sparen das ist noch mal so ein kleiner tipp von mir wie groß ist das ganze das zeige ich euch auch noch kurz 36 zentimeter hoch 25 zentimeter mal 25 zentimeter in der breite und in der tiefe ja so viel dazu ich würde sagen damit beginnen wir dann auch mal mit dem unboxing schauen was dabei ist und dann geht es direkt mit dem aufbau los wer mich kennt der weiß ich bin nicht immer nur der klemmonkel ich bin manchmal auch der nörgel onkel und ich muss dieses mal wirklich sagen dieses mal bin ich der daumen hoch onkel was die außenverpackung betrifft ich habe sie bewusst hier noch mal liegen lassen das ist nichts anderes als ein großer gepolsterter beutel wenn man da das packband vorsichtig abzieht geht da auch nichts am äußeren bereich kaputt das sieht wirklich noch richtig schön ordentlich aus den hebe ich auf den tue ich zur seite sowas kann man immer gut gebrauchen den muss man auch nicht wegwerfen ist super gemacht von barrier das nun mal so nebenbei ich musste es einfach loswerden was bekommt ihr denn jetzt geliefert ihr bekommt diverse plates geliefert ihr bekommt entgegen meiner erwartung doch keine 32 x 32 noppen plate sondern ihr bekommt mehrere mehrere 16 x 16er plates ihr bekommt ein paar kleinere plates dazu dann gibt es insgesamt 14 reiß mich auf und schmeiß mich weg beutelchen wie man es halt immer so hat was mich allerdings sehr positiv überrascht hat wo ich nicht mitgerechnet hatte es gibt bedruckte teile jawohl ja es gibt keinen sticker bogen da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet die bauanleitung und meiner einer wir werden sicherlich nicht unbedingt die besten freunde werden das liegt nicht an den inneren werten das liegt einfach an den äußerlichkeiten ich zeige es euch mal wir sehen jetzt bereits ohne dass die anleitung überhaupt im einsatz war eselsohren wir sehen jede menge wellen ich bemerke dass die seiten alle sehr dünn sind überhaupt kein vergleich zu den bekannten mold king bauanleitung wo dann zum beispiel auch hier das front und das back cover schön dick sind im gegensatz zum rest der dann ein bisschen dünner ist ja haben wir hier alles nicht das ist ein ganz simples einfaches bauanleitungsheft das ist das äußere jetzt kommen wir noch mal auf das innere zu sprechen und da bin ich schon zufriedener da geht es los mit bauabschnitt 1 und wir bauen hier anscheinend wieder nach beutel prinzip das heißt irgendwann wird es dann so sein dass wir beutel 2 öffnen müssen was schön dargestellt ist was man hier schon gebaut hat und was man gerade baut was gebaut wurde ist ausgegraut ist ausgeblaut ausgebleicht nennt wie es wollt ihr seht es auf alle fälle was ihr neu dazu baut das entspricht dann praktisch der farbe der teile bei den längeren plateteilen und auch fliesenteilen gibt es mal wieder keine längenangaben ansonsten ja sei noch gesagt zur anleitung wir haben 62 seiten und wir haben 229 bauschritte bevor wir einen ersten blick auf den stand der dinge werfen möchte ich noch mal kurz was zur bauanleitung ergänzen zum einen ich sagte es gäbe keine längenangaben bei den plates und bei den fliesenteilen das ist nur zu 50 prozent richtig weil die fliesen haben eine längenangabe hier sieht man schön zweite sache die darstellung der einzelnen teile die ihr benötigt pro bauschritt die ist manchmal ein bisschen zu klein legt euch am besten eine lupe oder eine brille zur seite gerade dann wenn ihr schlecht seht ihr werdet die benötigen und es wird dann noch mal schwieriger wenn es hier farben sind die so schon schwer zu erkennen sind und wenn das dann extrem klein dargestellt ist wie jetzt auch hier in diesem beispiel dann wird es erst recht schwierig wir haben jetzt zum beispiel hier auch so ein paar trans clear teile dabei an stellen wo man es teilweise überhaupt nicht richtig erkennt es fällt zum beispiel auch auf wenn man jetzt mal hier dieses reddish brown nimmt das ist ja nun ein recht heller ton in der bauanleitung ist der dunkler als dieser braun ton das ist schon fast ein braun schwarz ton und wenn das jetzt ein beutel ist wo dann dieser dunkelbraun ton enthalten ist unten reddish brown ton und man hat dann die anleitung in der hand dann weiß man letzten endes womöglich gar nicht ja was soll man denn jetzt benutzen was ich auch nicht ganz verstehe warum man jetzt hier auf diese 16 mal 16er grundplatten zurückgreift statt auf eine komplette 32 mal 32er grundplatte die dann auch nicht eine solche ja platte ist mit noppen aufnahme von unten sondern die etwas dünneren grundplatten die eigentlich standardmäßig zum aufbau von irgendwelchen stadtlandschaften benutzt werden ihr könnt das natürlich einfach so machen ihr benutzt eine standard 32er platte und benutzt die halt hier gar nicht und hebt zu euch auf das wäre dann halt auch noch eine idee wir haben bei diesem set eine wirklich sehr schöne griffige tür dabei die wappelt nicht umher ich weiß jetzt nicht wie es mit den anderen türen verhält bei dieser hier ist es überhaupt kein thema es ist nicht zu fest in der klemmkraft ist es auch nicht zu locker es ist wirklich eine schöne bewegbare tür hier geht es dann die treppe hoch in das nächste geschoss wir haben eine wirklich schöne fliesen qualität die fliesen glänzen ihr seht das es ist ein set das besteht aus zwei bis drei sendteilen dementsprechend müsst ihr natürlich davon ausgehen ihr bekommt hier keine qualität wie sie der markenhersteller hat es gibt hier und da mal kratzerchen es gibt auch mal vielleicht geringfügige farbabweichungen es gibt auch teilweise anguss punkte auf den fliesen die man sieht aber im großen und ganzen bin ich für einen teilepreis von zwei bis drei cent hier absolut zufrieden mit wir haben auch eine sehr sehr schöne angenehme klemmkraft bei diesem set farbabweichungen sieht man halt an manchen stellen schon wenn man hinschaut hier haben wir zum beispiel light blues grey ein bisschen heller hier wiederum bei diesen corner fließteilen ein bisschen dunkler aber es ist auch nichts weltbewegendes und ja ansonsten müsste halt auch wieder mal so ein bisschen darauf achten wenn er jetzt meinetwegen eine längliche fliese habt oder einmal zweier fliese oder irgendwie eine einmal einser keine ahnung da gibt es mehrere teile die halt dieses problem haben an den seiten oder an irgendeiner der vier seiten gibt es dann ganz gerne mal einen anguss punkt wenn ihr die teile jetzt hier irgendwo nach außen verbaut achtet halt darauf dass sie die anguss punkte nicht unbedingt so sitzen habt dass ihr die seht dass es euch irgendwie stört wenn es euch egal ist müsst ihr da auch nicht großartig darauf achten sei nur auch noch mal hier entsprechend erwähnt an der stelle schauen wir uns jetzt noch die bereits begonnenen details des erdgeschosses an da haben wir zum einen hier hinten den begonnenen barbereich und da einen kleinen offenen kaminofen ein sehr schön gestalteter kaminofen gucken wir uns gleich noch an als erstes möchte ich kurz auf den barbereich eingehen wir haben hier eine kleine klappe die kann man hochklappen und auch wieder runter klappen auch auf hälfte klappen die fällt nicht von alleine runter die hat einen angenehmen gegendruck das ist einfach der zugangsbereich für die bar wir haben hier hinten ein paar flaschen stehen eine kleine tasse und dann noch hier hinten in der ecke eine kleine kasse die ist schön bedruckt wartet mal ich versuche da mal ein stück ran zu suchen ich hoffe das funktioniert also der druck ist auch wirklich schön ordentlich die kleine uhr die hängen seht normalerweise hängt die direkt an der wand ich habe jetzt noch eine jumper plate dazwischen gesetzt liegt einfach daran wenn ich die uhr wie angedacht über eine noppe befestige dann hängt das zwölf uhr bei mir leider ein bisschen mehr auf ein uhr liegt einfach daran der druck auf der uhr selbst ist zwar mittig aber nicht in der position wenn man sie fest noch wo die position sein sollte lässt sich hier über die jumper plate lösen die ich benutzt habe jetzt sitzt praktisch die uhr auf einer noppe und lässt sich einfach im gesamten drehen wie man möchte und vor allen dingen ich finde da die jetzt ein stückchen von der wand weg sitzt das hat optisch auch von gewissen reiz wie es einem halt gefällt ja gucken wir noch mal den kleinen kaminofen an jetzt habe ich eh schon ran gesucht das sehen wir feuer lodern wir sehen unten natürlich auch noch so ein bisschen feuer im kamin wir sehen kleine figuren auf dem kamin sitzen eine kleine steinwand und dann dementsprechend noch ein wiederum sehr schön bedrucktes fliesenteil weiter geht's mit bauabschnitt drei und einer wirklich sehr schön in gestaltung wie ich finde wir haben jetzt hier zum einen erstmal den bartresen verbaut da befinden sich auch diverse gegenstände wie gläser wie flaschen sogar hier eine kleine zeitung auf der ecke alles befestigt über eine einzelne noppe vor dem dresen stehen dann vier kleine barhocker dresen hocker wir haben hinten beim kamin noch mal einen kleinen eimer aufgebaut mit zwei fässern daneben wo sich sicherlich irgendwas interessantes auch herinnen befindet und dann gibt es noch zwei tische für die gäste auch wieder gedeckt mit flaschen und gläsern im übrigen die gläser stehen hier sogar auf kleinen papptellern das ist wirklich ein nettes kleines detail man könnte jetzt theoretisch auch wenn man das möchte hier die sitzgelegenheiten ein bisschen drehen die sind auch befestigt über eine round plate gibt dem ganzen noch mal ein bisschen lebendigkeit muss man natürlich nicht aber man kann es durchaus tun ja und ihr seht es stehen jetzt auch schon ein paar säulen nach oben das bedeutet es wird jetzt sicherlich mit der fassade weitergehen ich bin auch schon gespannt wie denn hier so die qualität der fenster ist wenn ich wieder was zu zeigen habe sehen wir uns hier wieder wir sind ja jetzt hier gerade mal bei bauabschnitt 4 angelangt das bedeutet es wird sicherlich noch weitere fensterscheiben geben deswegen kann es natürlich sein dass ich jetzt in fettnäpfchen drehe aber es liegen insgesamt bei bauabschnitt 4 22 scheiben bei vom typ 1x2x3 11 stück und vom typ 1x2x2 11 stück von diesen 22 scheiben sind 21 scheiben richtig richtig gut däumchen hoch ausnahme bildet hier diese scheibe und selbst da ist es nur ganz dezent sichtbar ein kleiner kratzer im oberen bereich massiven kratzer der über die ganze scheibe geht den gibt es hier nicht ich hätte da mal ganz kurz eine kleinigkeit für euch bezüglich der klemmkraft damit ihr nicht denkt ich erzähle euch hier was vom pferd wenn ich sage dieses hat eine richtig gute klemmkraft passt mal auf ich habe hier eine jumper plate liegen und eine modified brick und da soll diese jumper plate montiert werden machen wir das doch mal gehört das rastert richtig ein und wenn sie es mal eingerastet ist bekommt man es kaum wieder los da sage ich mal kobe lässt grüßen bricht 1980 hat dieses gebäude ursprünglich die queen pictoria genannt da hat er sich sicher was bei gedacht hat das so direkt frech kopiert namens technisch g star hat dieses gebäude ja auch irgendwie kopiert aber hat es music club genannt aktuell bin ich mir noch unschlüssig wo das wort music herkommt auf music gibt es noch nicht wirklich irgendwie ein hinweis müsste ich dem ganzen jetzt namen geben würde ich es vielleicht irgendwie club an der ecke nennen oder so es passt zumindest schön wegen diesen eckeingang sehr sehr coole idee hier mit einem kleinen überhang in dunkelgrün der im übrigen auch wirklich eine sehr schöne qualität hat ihr seht schon es glänzt gut es mag an manchen stellen vielleicht ein klein wenig verkratzt sein aber das hält sich echt sehr stark in grenzen auch hier haben wir wieder eine sehr schöne tür die ist schon wie im innenbereich zum treppenhaus sehr sehr gut bedienbar die ist nicht zu leichtgängig auch nicht zu schwergängig sondern liegt im richtig gesunden mittelfeld da sitzt eine noppe da könntet ihr jetzt auch noch eine minifigur hinstellen wenn ihr das möchtet und wir haben dann hier an der seite 12 und da drüben an der seite drei lampen hängen wenn später mal dunkel wird damit hier außen der bereich auch schön ausgeleuchtet ist wenn wir das ganze jetzt mal etwas anheben und uns die fassade anschauen stellen wir fest das sieht echt cool aus das ist schön gemacht worden und im innenbereich sehen wir dann wenn wir genau hinschauen sogar noch lampen hängen da ist jetzt noch ein bisschen was an details dazu gekommen das möchte ich euch ganz gerne auch noch kurz zeigen und zwar zum einen hier direkt über der bar hängen zwei lampen für die bedienung selbst damit die was sieht wenn es dunkel wird und hier hinten auf dem regal gibt es jetzt auch noch jede menge gläser ich weiß gar nicht ob ihr schon die flaschen da unten gesehen habt also regal technisch ist da schon einiges umgesetzt und auch für die besucher dieses etablissements gibt es dann dementsprechend hier zwei lampen und da drüben auch noch mal gut was das jetzt hier ist keine ahnung vielleicht irgendwie verdörtes heu in einem gefäß oder so ich weiß es nicht keine ahnung irgendwie sein element wird schon sein ja dann haben wir im bereich auch noch zusätzlich die treppe im treppenhaus fertig gebaut ach im übrigen ich zeige euch noch mal kurz die fliesen da bin ich echt sehr zufrieden mit gut wir haben jetzt hier durch das weiß natürlich echt sehr dankbare farben aber selbst wenn die nicht weiß wären muss ich wirklich sagen ich habe auf den fliesen bisher kaum mal kratzer gefunden es gibt halt das angus punkteproblem hier und da aber das ist jetzt auch nicht so extrem schlimm ich habe euch vor einer weile bereits von mold king die art gallery gezeigt und da hatten wir ja diese dunkelblauen dunkelgrünen und auch schwarzen steine wo ich immer wieder gesagt habe die haben mir an manchen stellen zu sehr diesen ich bin angelaufen effekt hier haben wir auch die dunkelgrünen steine wie bei mold king da gibt es dieses problem überhaupt nicht und mold king nutzt ja go prick steine hier haben wir auch keine go prick steine zumindest habe ich keinen hinweis darauf gefunden es ist sehr interessant ich finde es auf alle fälle cool dass das hier nicht so ist wenn ich mal bedenke was wir hier noch für eine klemmkraft haben mich würde wirklich mal interessieren was das für steine sind im großen und ganzen bis hierhin macht es wirklich sehr viel spaß was den aufbau betrifft da wir jetzt aber bestimmt schon wieder auf die halbe stunde zu laufen und ich gerade mal fünf bauabschnitte von 14 abgeschlossen habe würde ich einfach vorschlagen ich setze jetzt hier ein cut das heißt es gibt diesmal zwei review parts beim nächsten mal geht es dann weiter mit dem außenbereich in bauabschnitt 6 ihr könnt gerne mal in die video beschreibung schauen da findet ihr ein paar dinge zum beispiel auch den link zu replicable den link zu bar wir das ist dann entsprechend ein affiliate link und auch noch ein paar weitere verlinkungen wenn ihr die verlinkten affiliate links nutzen würdet würde ich mich auf alle fälle drüber freuen ihr könntet mich und den kanal hier damit ein büschel unterstützen das kostet euch auch nichts extra ansonsten lasst gerne kommentare da lasst gerne ein däumchen da auch gerne ein abo sofern ihr es noch nicht getan habt dann bekommt ihr auch nachricht von youtube wenn es hier mit partnummer 2 weitergeht oder auch zu anderen reviews die ich hin und wieder hier veröffentliche und ja ansonsten sage ich bleibt gesund passt auf euch auf bis mal wieder danke fürs zusehen euer klemmonkel tschüss